Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Fangen wir doch mit Ihrem Namen an. Forty seven. Das ist kein Name. Nein. Ich heiße trotzdem so. Was genau sind Sie? Ein Auftragskiller. Und auf wen sind Sie angesetzt? Es wäre besser, Sie lassen mich gehen. Wenn ich mich nicht vollkommen irre, sind Sie hier mit mir eingesperrt und Sie haben keine Waffe? Nein, Mr. Sanders. Eingesperrt sind Sie mit mir. Und meine Waffe haben Sie mir gerade gebracht. Ich weiß, das klingt verrückt, aber genau das ist es. Er ist ein menschliches Wesen aus dem Genlabor. Stärker. Schneller. Intelligenter als normale Leute. Sie heißen Agents. Und was hat das alles mit mir zu tun? Dein Vater hat dieses Projekt gestartet. Er kennt Ihre Schwachstellen. Du bist der Schlüssel, um deinen Vater zu finden. Hitman. Agent 47. Hey, vielen Dank für das Anschauen des Trailers. Wenn er dir gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und würde dem Channel sehr weiterhelfen. Wenn du auf der Suche nach weiteren Trailern bist, dann check einfach mal meinen Channel und dann benutze die Suchfunktion. Das ist diese kleine Lupe. Guck einfach nach jedem Spiel, was in der nächsten Zeit rauskommen wird oder was bereits letztes Jahr erschienen ist oder 2013. Du wirst es auf diesem Channel finden und du wirst natürlich Trailer-Material, Gameplay-Material und vielleicht auch noch Let's Play-Material dazu finden. Denn auf dem Channel findet ihr halt eben neben den neuesten Film- und Game-Trailern, den aktuellsten News, auch die aktuellsten Let's Plays, der neuesten Spiele. Und das natürlich so schnell wie möglich euch rübergebracht. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank für euren Support und wir sehen uns dann zu mehr Videos. Bis dahin, Tschüss.